Hallo, ich bin der Schnau-Schnau-Schnau-Schnau. Hallo, ich bin der Schnau-Schnau. Ich bin der Schnau-Schnau. Hallo, Freunde, herzlich willkommen heute. Wir sprechen hier auf den Weg, wie ich es gemacht habe. Die Sicherheitsbücher sind geschlossen, das brauchen wir einstellen. Und nun gehen wir zurück mit der Zahne-Sandre-Mir. Wir sind hier auf dem Weg, wie es auf den Weg der Hähne war, wie die Leute sich heute noch nehmen. Wir kriegen uns wieder auf die Schnau-Schnau-Schnau-Schnau-Schnau. Ich würde sagen, Flieger, los mit der Zahne-Sandre-Mir. So, ja. Marc. Und wie sieht's aus für euch? Alles in der Sauna? Ja! Wollt ihr noch? Ja, wollt ihr noch? Ja! Guck mal, ihr habt gerade das ganze Haus. Juhu! 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 Oh, contexto in der Nacht! Juhu! 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 Ja, locker, von hopelessermachen hier, gut hat öfter! Jill! Juhu! Wala lala lala... 100 Kubit in einer Sekunde. Hallo noch mal zurück, Kollege mit der Witze. So, die anderen Seite wird schön aufhier. Jetzt... Ah, ist das schön. Und alles klar, alles locker, alles blieber, los! Oh, sag mal an, du bist doch eigentlich gut, dass ich jetzt hier drüben bin. Na, tut es! So, jetzt habe ich mal eine kurze Frage an euch. Und, geht es euch gut? Das ist schon mal gut. Wollt ihr mehr? Das ist auch gut. Könnt ihr noch? Das ist auch gut. Dann gehen wir noch mal los. Alle die Füße nach vorne, alle die Füße nach vorne. Die Hände nach oben. Platsche. Alles klar, danke schön, mein Gott, heute war es. Jetzt gehen wir uns wieder. Jetzt gehen wir uns wieder. Jetzt gehen wir, bitte! Jetzt gehen wir oben. Jetzt gehen wir, bitte! Jetzt gehen wir, bitte, weil wir uns wieder auf dem Traut gehen können. Wir haben jetzt einen Tag ein. Es war jetzt nicht so? Ich bin noch ein besonderer. Das ist, ich bin noch in der Füße nach vorne. Meine Herren, gehen Sie wieder eine Cola trinken, die Damen verschwenden in die Darmtoilette und dann sind die Haare, na ja.